Normalerweise habe ich 15 Aussagen, heute habe ich drei Fragezeichen. Und zusätzlich 15 Aussagen. Herzlich willkommen zu Endgegner mit einer brandneuen Folge und heute geht es um das Hörspiel-Franchise. Schlechthin nach TKKG. Die drei Fragezeichen. Und wir haben einen wunderbaren Cast zusammengestellt. Und Antje ist da, Daniel ist da, Moritz ist da. Moritz bei uns als Producer tätig. Und nicht nur das, sondern offensichtlich auch drei Fragezeichen-Experte. Erzähl mal, wie ist deine Historie? Ich habe halt als Kind angefangen, drei Fragezeichen zu hören und irgendwann damit aufgehört. Aber ich fühle mich immer noch den beiden hier überlegen. Fühlt sich immer noch wie ein Kind, dachte ich, kommt jetzt. Antje, Schreck, wie sieht es bei euch aus? Habt ihr es früher geguckt? Hört ihr das immer noch? Geguckt? Ich habe es früher tatsächlich sehr exzessiv gehört als kleiner Junge zum Einschlafen. Es ging eigentlich kein Abend ohne drei Fragezeichen. Und ja, ich habe auch TKKG gehört, aber Drei Fragezeichen war immer mein Favorite, beziehungsweise meine bevorzugte Serie. Und ja, ich habe halt irgendwann altersbedingt dann natürlich aufgehört. Aber jetzt aufgrund meines Sohnes bin ich wieder im Game. Denn Drei-Frage-Zeichen-Kids ist ein großes Thema. Das heißt, er gibt schon so erste Anzeichen, dass er sich auch für die Älteren irgendwie interessiert. Und dann tatsächlich ist es so, dass meine Frau ein bisschen jetzt mit den Älteren Drei-Frage-Zeichen zu tun hat. Denn die macht so ein bisschen Pressarbeit für die Drei-Frage-Zeichen. Kleiner Heimvorteil. Antje, wie sieht es bei dir aus? Dann bin ich offenbar die Einzige, die Drei-Frage-Zeichen immer noch hört. Ich hatte aber auch eine Phase, das habe ich tatsächlich mal irgendwo gelesen, es gibt keine Phase, in der man die Drei-Frage-Zeichen nicht hört. In der man die Drei-Frage-Zeichen hört, es gibt nur eine Phase, in der man die Drei-Frage-Zeichen nicht hört. Das heißt, so im Teenager-Alter waren die dann irgendwann out. Mittlerweile höre ich sie tatsächlich wieder. Ich glaube auch, dass Daniel und ich ein ganz gutes Team sind, weil wir schon vor der Sendung besprochen haben, dass er so eher bei den Älteren Folgen dabei ist und ich dann eher so bei den Neueren angefangen habe. Und ich meine, dann haben wir ja alles abgedeckt eigentlich. Also, ich würde es kein Problem geben, glaube ich. Auch mein Gedächtnis ist es halt so. Dafür sind Moritz und ich ein gutes Team. Also, ihr habt es angesprochen, ihr beide könnt zusammenarbeiten, könnt euch theoretisch auch ein bisschen beraten, bevor ihr buzzert, aber am Ende kann nur einer von euch beiden buzzern und eine Antwort geben. Das wird später relevant, denn wenn ihr insgesamt mehr Punkte habt als Moritz, dann wird einer von euch der neue Endgegner und das ist dann der, der intern bei euch mehr Punkte gemacht hat. Aber dafür müsst ihr Moritz erstmal schlagen. Unentschieden reicht nicht. Wenn eine Partei falsch antwortet, kann die andere nochmal abstauben. Und ganz wichtig, ihr habt es schon gesehen, wir haben neue kleine Buzzer, weil, damit ich jetzt endlich Küken und Katze auseinanderhalten kann, ja, das ist ja meine einzige Aufgabe, habe ich das jetzt nochmal visualisiert. Aber ist das wirklich eine Katze? Schwierig. Das fühle mich auch ein bisschen Hühnchen. Also, es könnte sein, dass es weiterhin zu Verwirrungen kommt. Ich muss es akustisch irgendwie einordnen. Ich würde sagen, wir fangen an mit der allerersten Aussage. Wie immer geht es, die Aussage zu korrigieren. Ein Fehler ist drin, den müsst ihr nicht nur erkennen, sondern eben auch richtig stellen. Es ist aber auch nur ein Fehler drin und hört mir zunächst zu, denn die Frage wird erst eingeblendet, nachdem ich sie einmal vorgelesen habe. Ready? Dann legen wir los. Aussage Nummer 1. Justus hat bei einem Preisausschreiben einen Rolls-Royce mit dem Kennzeichen RR2930 auf Lebenszeit gewonnen. Die Frage ist jetzt eingeblendet. Justus hat bei einem Preisausschreiben einen Rolls... Das Hühnchen, das ist Antje. Er hat nicht den Rolls-Royce gewonnen, sondern er hat den Chauffeur, also die Chauffeur-Dienste dieses Rolls-Royce gewonnen. Das ist nicht der gesuchte Fehler. Moritz hat noch die Chance abzustauben. Ähm, ne, also wahrscheinlich ist das Kennzeichen falsch, aber ich könnte mir jetzt nicht sagen, welches Kennzeichen das Richtige ist. Also, der Fehler war versteckt, er hat ihn nicht auf Lebenszeit, sondern für 30 Tage gewonnen. Das ist also der Fehler gewesen. 30 Tage? 30 Tage. Dafür fahren die aber sehr oft mit dem Ding rum. Also zumindest zu Anfangszeiten fahren die oft. Vielleicht eine Blockproduktion? Dass sie die ein paar Fälle schnell gelöst haben in der letzten Monat. Jede Tag ein neuer Fall. Jeden Tag, wir haben das Auto, wir müssen fahren. Ja, wo könnte man noch hin? Gut. Also, ein Minuspunkt, aber das heißt natürlich noch gar nix hier. Zweite Aussage. Die ersten Fälle der drei Fragezeichen hat sich Alfred Hitchcock ausgedacht. Das ist falsch. Das hat sich nicht Alfred Hitchcock ausgedacht, sondern dieser Arthur Clarke. Nee, Quatsch. Warte mal. Nein, 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 Quatsch. Leider falsch. Die Sekunden sind abgelaufen. Ach, klar, ich bin so dumm. Der heißt nicht. Robert Hitchfield? Nein, 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 nein. Moritz könnte abstauben. Wir lösen es gleich auf. Der, hm. Warte. Der heißt Robert. Möchtest du, dann musst du buzzern erst. Ach so, warte, ähm. Möchtest du buzzern? Fünf, vier, drei, zwei, eins. Der heißt Robert Andrews oder sowas? Auch falsch. Scheiße. Beide mit einem Minuspunkt. Robert Arthur. Arthur. Ach, das war mein Ding. Der heißt Robert Arthur und ich hab, ah, Andrew Arthur, Arthur Clarke, keine Ahnung, warum. Weil das ist der Typ von 2001, glaub ich. Ach, scheiße, ey. Zusammen hättest ihr es hinbekommen. Zu dritt. Weil, denn Bob Andrews ist nach ihm, sag ich mal, also man sagt immer, dass Bob Andrews ihm am meisten entspräche, weil sie halt auch dieselben Initialien dann als Anfangsbuchstaben haben. Der heißt eigentlich Robert Andrews. Ach so, wegen Bobby. Bob ist nur die Kurzform von Robert und dementsprechend, ja. Das verstehe ich wiederum nicht. Scheiße, ey. Scheiße. So lernen wir doch alle was dazu. Ich frag mich bei drei Fragezeichen. Ich sag's, nie gehört. Hab aber als Kind nie damit angefangen. Ist das was, was man als Kind hören muss und dann nostalgisch dabei bleibt und auch vielleicht wieder zurückkommt? Oder kann man auch als Erwachsener noch damit einsteigen? Ich glaub, die Nostalgie macht schon viel aus. Ja, glaub ich auch. Also du kannst als kleiner Junge jetzt halt einsteigen, wie ich's dann auch mal mit dem Sohn sehe, weil der find's halt geil. Das sind Privatdetektivfälle, die lösen irgendwelche Rätsel oder finden irgendwelche Schätze und so weiter. Es kommt ja nie zu Mord und Totschlag. Und das ist schon für kleine Kids, glaub ich, einfach deutlich besser, um reinzukommen und dann dran zu bleiben, als um jetzt als Erwachsener einzusteigen. Weil es gibt da noch ein paar echt peinliche Folgen. Das muss man mal sagen, wenn man die als Erwachsener das erste Mal hört, dann denkt man sich auch, ey, Alter, wie kann das jemand geil finden? Es gibt aber auch ein paar, die wirklich gruselig sind. Ja, das will ich gar nicht. Ja, das auch, das dann auch. Frag euch gleich noch was für peinliche Folgen, da will ich mir nochmal schönen O-Tun von dir. Aber wir schauen erstmal nochmal auf den Punktestand, weil ich super vergesslich bin und wir haben zwei Fragen gespielt. Da gab's jetzt jeweils noch einen Minuspunkt, deswegen Minus 1, Minus 2, aber noch nichts entschieden. Wir kommen zur dritten Aussage. Die Sprecher der deutschsprachigen Hörbücher heißen Jens Wawritschek, Oliver, in Klammern Peter Schor, Oliver Vorweg, in Klammern Justus Jonas. Der heißt Oliver Rohrbeck. Ja. Komplett richtige Antwort, Oliver Rohrbeck in der Rolle von Justus Jonas und Andreas. Fröhlich wär's noch gewesen als Bob Andrews Punkt für Herrn Schreckert. Peinliche Folge. Was ist eine der peinlichsten Folgen? Die auf dem, wo sie ins All reisen. Warum? Weil sie ins All reisen. Weil sie ins All reisen. Das ist so Quatsch. Ich mein, man muss ja schon mal schlucken, dass Rocky Beach der gefährlichste Ort auf dieser Welt ist, beziehungsweise der kriminellste Ort auf dieser Welt und dann reisen die drei Knirpse, weil die sind ja nach 42 Jahren immer noch 16 oder so und dann reisen die da halt ins All. Das ist irgendwie ein bisschen, das ist too much. Das ist too much. Aber du glaubst grundsätzlich an die Mondlandung oder? Ich glaube grundsätzlich an die Mondlandung, aber ich glaube halt nicht, dass drei Privatdetektive oder Hobby-Privatdetektive aus Rocky Beach unbedingt diejenigen sind, die unbedingt als erste normalos ins All reisen sollen. Okay, gut. Also, es handelt sich halt um Fiktion, ne? Ich weiß nicht, ob er das präsent hat. Gut, drei Fragen gespielt. Richtige Antwort von Herrn Schreckert. Deswegen sind wir zurück auf null Punkte. Hab ich das richtig im Kopf? Nein, auf minus eins und minus eins. Also gleich stand, gleich gezogen. Vierte Aussage. In den deutschen Hörspielen kommen die Helfer auf dem Schrottplatz aus Irland. Und in der amerikanischen Hörspielplatz ist in Amerika. Rocky Beach. Ah, ich glaub, ich weiß, worauf sie hinaus will. Die Frage ist eingeblendet. Manche und Schrott können noch abstauben. Achso, die Helfer, shit. Ja, ich weiß, wie du meinst. Ja, ich weiß, wie du meinst. Okay, möchtet ihr antworten? Ihr habt die Chance abzustauben. Was ist auf die Frage? Moment. Also in den deutschen... Nee, das ist gar nicht die Frage. Es ist völlig egal, wie die heißen. In der amerikanischen Originalserie kommen sie aus der Provence. Möchtet ihr es probieren? Fünf? Ah, ah. Nee. Willst du nicht vielleicht wissen, wie die heißen? Das wüssten wir jetzt. Frage ich euch gerne in dem Moment. Damit ist aber die Frage geschlossen. Wie hießen die denn? Patrick und Kenneth. Völlig richtig. Damit der Punkt. Du weißt das überhaupt nicht. Ich hab keine Ahnung. Aber wir haben gefragt, in der amerikanischen Originalserie kommen sie aus Bayern und nicht aus der Provence. Hans und Konrad Schmidt. Hans und Konrad Schmidt. Okay, das ist klar, dass sowas dann wieder in Deutschland geändert wird. Minus Punkt für Moritz. Minus zwei, minus eins. Damit geht ihr in Führung. Habt ihr super gemacht. Fünfte Aussage. Bobs Vater heißt mit vollem Namen John William Melvin Roger Andrews und arbeitet bei der Washington Post. Ey, jetzt nicht. Also. Das ist vielleicht eine andere Zeitung. Ich erschrecken. Das ist nicht ganz nicht deutlich. Also. Bobs Vater heißt mit vollem Namen John William Melvin Roger Andrews und arbeitet bei der Washington Post. Glaubst du, das ist echt der Name? Okay. Dann ist es eine falsche. Ey, also. Moritz? Wie sieht es bei dir aus? Traust du dich? Ich trau mich nicht. Ähm. Ich versuche Herrn Schröckerts Emotionen gerade zu deuten. Ich dachte gerade, du gehst aus dem Studio, jetzt überlegst du zu antworten. Es sind natürlich zwei Sachen, die halt wirklich da voll ins Gesicht springen. Aber ich sag das nicht. Traut ihr euch? Ja, müsst ihr auch. Weil die Frage ist ja, was soll ich dann dazu sagen? Also was, um den Satz richtig zu machen. Aber das stimmt nicht. Äh. Okay. Also. Warte. Der arbeitet nicht bei der Washington Post. Äh, weil die arbeiten, die sind ja in Kalifornien. Der arbeitet, äh, bei der L.A. Times. Ist falsch. Fuck. Ihr habt einfach noch die Chance abzuschlaufen. Die paar Sekunden gebe ich euch noch. Nee, ey. Nee, 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 nee. Das ist mir zu unsicher. Ist nicht schlimm. Moritz. Pass auf. Wir, wir. Darf ich? Weil das. Wir, wir machen die Frage nicht, ne? Wir sind durch. Frage ist geschlossen. Frage ist geschlossen. Das Ding ist, ich hab gestern noch gelesen, dass der gar keinen Vornamen hat. Also es gibt keine richtigen Vornamen für den Vater von Bob. Aber was soll ich da jetzt sagen? Weil, also da stehen ja vier Namen. Soll ich jetzt sagen, der Bobs Vater hat keinen Vornamen und arbeitet bei der Washington Post? Wäre das richtig gewesen? Nein, denn er arbeitet bei der Los Angeles Post. Ach, fuck. Das heißt, die L.A. Times war knapp vorbei. Du hast zumindest die richtige Schlussfolgerung gezogen, dass wir in Kalifornien unterwegs sind. Mit dem Vornamen, das können wir an der Stelle jetzt nicht klären. Es sei denn, die Regie ist blitzschnell. Aber der Fehler, den wir bewusst versteckt haben, war in der Tat, und Antje hat's auch ein bisschen geahnt. Aber Gott sei Dank, ich hab die falsche Zeitung. Die Zeitung, ja, aber ich bin da, ich bin da auf irgendwas, Rocky Beach Gazette oder so gibt's, glaub ich, da. Es gibt die Rocky Beach Today, aber die ist zu klein für den Vater von Bob. Ja, aber das wär jetzt die einzige Zeitung gewesen, die ich jetzt hätte irgendwie sagen können, die ich noch nicht mal richtig gewusst hätte. Aber, wie gesagt, mich irritiert halt einfach die Aussage, oder hat die Aussage irritiert, will, dass der halt Vornamen hat, weil ich halt gestern noch gelesen hab, dass der keinen richtigen Vornamen hat. Ob nicht oder ohne Vornamen, zumindest wäre er bei der LA Post gewesen. Super knapp, Moritz, aber leider können wir das nicht gelten lassen. Wir atmen aber ganz kurz durch, sortieren die Punkte und dann geht's hier weiter nach Timespot. B B Untertitelung des ZDF, 2020 Willkommen zurück zu Endgegner, die drei Fragezeichen, fünf Aussagen liegen hinter uns, Aussage Nummer 6, steht vor uns, wir gucken auf den Punktestand, genau den sehen wir, sechste Aussage, im Fall, die singende Schlange, lautet das Passwort an der Tür, um dem Treffen der Sekte beizuwohnen, dunkel ist die Nacht, ich will in den Club treten. Frage jetzt auch eingeblendet, im Fall, die singende Schlange, lautet das Passwort an der Tür, um dem Treffen der Sekte beizuwohnen, dunkel ist die Nacht, ich will in den Club treten. Kennt ihr die Folge zumindest? Zu lange her. Zu lange her. Da hatte ich auf Daniel Vertraut. Ja, aber nee, das ist zu lange her. Vielleicht ist es auch das Passwort aus einer anderen Folge, das überlege ich ja gerade. Ja. Aber, ich bin in den Club, klingt irgendwie falsch. Ich habe die Befürchtung, dass das gar nicht in die singende Schlange ist. Ja. Ja, das habe ich ja gerade gesagt. Nee, aber, ähm, ja, 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 ich meine das gleiche. Gut. Also, ich meine das auch nicht. Recht berühmtes Passwort, aber das Passwort war falsch, denn, das Passwort an der Tür, um dem Treffen der Sekte beizuwohnen, lautet, dunkel ist die Nacht, ich will in den Zwölferkreis treten. Das also aus, die singende Schlange. Ist das alles lange her. Scheiße, ey. Gut. Aussage Nummer 7, nichts passiert. An die Hände, an die Buzzer, genau. Titus Jonas erbt im Fall das brennende Schwert eine alte Klinge, die er an einen gewissen Beanie weitergeben soll. Titus Jonas erbt im Fall das brennende Schwert eine alte Klinge, die er an einen gewissen Beanie. Weitergeben soll. Stimmt. Titus. Zwei Minuten. Ich glaube, es war so. Ja. Moritz kann sich leider nicht beraten. Nee, ich bräuchte aber Beratungszeiten. Willst du nicht zu mir kommen? Ich hab auch keine Ahnung. Und ich hab die Lösung vor mir. Aber die beiden ja auch nicht. Die dürfen sich wenigstens unterhalten. Wir können es auch noch ein bisschen... Folge hast du gewendet? Drücken, ja. Ich hab die Folge gehört. Aber nicht mehr genau, was da passiert. Also ich hab da noch die Hip-Hop-Entgegner-Folge vorher geschaut und da wusste ich alles. Mehr als Falk Schacht. Wow. Das könnt ihr natürlich auf YouTube nachholen, wenn ihr das noch nicht getan habt mit Nico Backspin. Aber wenn's nicht stimmt, auch. Antje und Schröck. Ja, wir haben eine Vermutung, aber das ist ein bisschen zu heiß. Ist euch zu heiß. Das brennende Schwert ist euch zu heiß, Moritz. Das war genau... Das hatte ich beabsichtigt, genau. Moritz traut sich auch nicht. Will sich auch nicht die Finger verbrennen. Dann lösen wir auf. Titus Jonas erbt im Fall das brennende Schwert einen wertlosen Kristall, den er an einen gewissen Beanie weitergeben soll. Zumindest... Ach ja, schau ich von Antje. Ja, wir waren woanders, aber ja. Echt? Ja gut, was soll ich ja anzweifeln? Naja, kann man schon, ne? Naja, wie gesagt, mich brummt das noch von eben. Nicht schlimm. Nicht schlimm, kein... Keine Änderung, minus drei, minus eins. Wir machen direkt weiter. Ach man, das ist eine Versagerrunde, ey. Ja, voll. Es bleibt auf ihn. Also wenigstens die Null sollten wir irgendwie hinkriegen. Die Null muss stehen. Es bleibt zumindest heiß, denn... Aussage Nummer acht. In die feurige Flut wollen die drei Fragezeichen mit Schulkollegen einen Horrorfilm drehen. Am Ende wird Peter Sean angeschossen. In die feurige Flut wollen die drei Fragezeichen mit Schulkollegen einen Horrorfilm drehen. Am Ende wird Peter Sean angeschossen. Tja, das ist euer Jahrgang. Du hast doch die Neuen gehört. Ich hab so ungefähr bis 120 gehört und dann... Das ist Folge 121? Nein. Ich könnte mir vorstellen, dass es eine der Neueren ist. Ja, ist es leider auch. Ja. Ich wüsste, welches Folge 121. Ich fange jetzt wieder an zurückzuhören. Aber gut, egal, nicht schlimm. Aussage Nummer acht. Ist völlig egal, ob ihr die feurige Flut gehört habt, denn es geht um den Meister des Todes. Das ist der folgende Titel. Meister des Todes wollen die drei Fragezeichen mit Schulkollegen einen Horrorfilm drehen. Am Ende wird Peter Sean angeschossen. Neunte Aussage. Der Superpapagei heißt eigentlich Luzulus, nicht Lucky. Der heißt eigentlich Blacky. Ja. Falsch. Falsch. Moritz kann abstauben. Wieso? Der heißt Blackbird. Oder? Und der Superpapagei heißt eigentlich Luzulus, nicht Lucky. Aber der heißt Blacky. Blacky. Also der heißt Blackbird, nicht Blacky. Blacky ist die Abschützung. Beide haben geantwortet. Aber er wird immer Blacky genannt. Er wird immer Blacky genannt. Ja. Also der Fehler, den wir versteckt hatten, ist nicht Lucky und kann Sätze auf Italienisch ist natürlich auch Quatsch. Ja, das ist auch Quatsch. Sondern das wäre Latein gewesen. Ach, der Superpapagei. Das ist ja auch der Papagei. Nicht der Vogel von denen. Der Superpapagei heißt Luzulus, nicht Lucky und kann Sätze auf Latein. Ja, Latein. Sagen nicht auf Italienisch. Ne, Moment, 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 Moment. Ist auch das richtig. Der kann auf Latein sagen, aber es ist doch trotzdem falsch, dass er Lucullus heißt. Nein. Die haben auch noch einen Vogel bei sich in ihrer Zentrale und der heißt Blacky. Und lang Blackbird. Und das ist auch kein Papagei, sondern ein Beo. Hey, das hätte ich gewusst. Extra Punkt für Moritz, für die Erklärung. Nein. Ich bin so dumm. Ja, okay, das stimmt, ist der erste. 4 minus 2. Hatte schon mal jemand 4 Minuspunkte? Ja. Schön. Ist nicht schlimm. Lucius et Quinus et Lucullus et Lucullus. Ja, fuck. Scheißdreck, ey. Mann, nicht so schnell. Nicht so schnell. Lies einfach die Frage. Gut. Zehnte Aussage. Dr. Franklin erklärt Bob in Stimmen aus dem Nichts in Sektor 7 Grün das Elektroencephalo. In Sektor 7 Blau. Sektor 7 Blau. Komplett richtige Antwort von Antje. Genauso ist das Sektor 7 Blau. Die ist so unheimlich, die Folge. Ja, das ist eine meiner Lieblingsfolgen. Die habe ich nie, also da brauchte ich sehr, sehr lange, um die zweite Seite zu hören. Du hast eben schon gesagt, viele gruselige Folgen. Ist das so eine der top gruseligen Hasen? Ich fand die ganz, ganz gruselig früher, ja. Warum? Was macht es so gruselig? Die Frau ist in einer geschlossenen Anstalt und da kommen die ganze Zeit so komische Geräusche, die mich völlig verrückt gemacht haben als kleines Kind. Das war's. Ja, es geht halt um eine alte Frau, die von einer anderen Frau mit Aufnahmen von einer vermeintlich Toten terrorisiert. Das fand ich echt sehr schlimm. Nicht so schlimm wie ins Ei zu fliegen, denkt sich Schreck, aber gut. Zehn Aussagen liegen hinter uns, Punkt für Antje und damit Minus 1 zu Minus 4 und das ist schon eine deutliche Führung, auch wenn es nicht so aussieht. Gut. Scheiße. Elfte Aussage. Im Fall Botschaft aus Geisterhand wird eine heilige Skulptur der Maya geschwollen, das Popol Fu. Antje. Es ist soweit ich weiß, eine Schriftrolle. Ja. Hier steht, wird ein heiliges Buch, aber das ist ja ein Schriftstück. Richtige Antwort. Richtige Antwort von Antje. Die LA Post ist auch ein Schriftstück. Genauso wie die LA Times. Ja. Du kannst aber auch irgendwie ein Bild mit einem unseriösen Werk vergleichen. Gut. Also Punkt für Antje. Und wir brauchen dringend richtige Antworten hier in dieser Folge. Dementsprechend gilt jetzt alles. Oh nein. Kriegst von mir alles. Zweifte Aussage. Tarzan, Karl und Klösschen. Nächste Frage. Im Fall im Band des Voodoo leihen die Fantastischen Vier. Das ist fettes Brot. Ja. Richtige Antwort von Herrn Schreckert. In der Tat im Fall im Band des Voodoo leihen fettes Brot der Gruppe Wet Boys ihre Stimmen. Richtig. Haben die viele so Star-Gäste? Zweimal fettes Brot auf jeden Fall. Zweimal fettes Brot. Axel Milberg ist jetzt der Tateau-Kommissar, ist jetzt der Sprecher. Bastian Pastewka. Bastian Pastewka war mit dabei. Der äußert sie auch immer als Riesenfan. Ich meine, Thomas Fritsch kann man jetzt auch schon sagen, weil er die Fälle... Die Hälfte der Sprecher sind super erfolgreich. Ich meine, die Schwester von Andreas Fröhlich, die spricht auch ab und zu mit... Wie heißt sie? Queenie, glaube ich? Nee, Queenie ist ihr Hund. Wie heißt sie? Egal, die spielt da so eine Reporterin. Das ist zum Beispiel auch dann die deutsche Stimme von Cameron Diaz. Und so Sachen. Das ist die Schwester von Andreas Fröhlich, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau. Also da sind schon ein paar prominente Sprecher immer mit am Start. Alles klar. Und wir gucken nochmal auf den Punktestand. Da hat sich jetzt wieder was getan. Jetzt können wir uns auch gut angucken. Wir sind im positiven Bereich. Entertainment-technisch sowieso schon. Jetzt auch von den Punkten. Minus vier. Zu eins. Aber wie immer sage ich an der Stelle, unabhängig vom Punktestand, es ist noch alles drin. Drei Aussagen kommen noch. Die letzte gibt aber zwei Punkte und irgendwie funktioniert es noch. So. Die Single von Monique Carrera aus der Folge Die drei Fragezeichen der Mann ohne Kopf heißt Planet Evil. Die Single von Monique Carrera aus der Folge Wir müssen es nicht beantworten. Wir haben einen Verdacht, aber wer weiß, ob dieser Verdacht, sag ich mal, so hingebogen werden kann, dass das da Sinn ergibt. Vielleicht hat sie ja auch eine Single und dann ist das doch egal. Nein. Ich habe auch einen Verdacht, nämlich dass Moritz gar keine Ahnung hat, was er darauf antworten könnte. Dementsprechend, ihr möchtet nicht antworten. Völlig okay Frage damit geschlossen. Jetzt könnt ihr aber natürlich ein bisschen Mut maßen. Ja, ich weiß, dass das Planet Evil eigentlich ein Club ist. Irgendwann mal in der Reihe, vielleicht in der Folge, aber da könnte man das nicht umbauen. Die Frage ist, hat Frau Monique Carrera auch einen Club? Weil wenn es hieße, der Club von Monique Carrera aus der Folge Der Mann ohne Kopf heißt Planet Evil, dann wird das Sinn ergeben. Genau. Wenn es denn der Club ist. Und ansonsten ist der Titel des Songs falsch und dann wissen wir den aber nicht. Also, in der Tat, Planet Evil falsch. Die Single heißt Devil Dancer. Ah. Also, dann haben wir der Single falsch. Gar kein Problem. Wie hieß der? Hast du dir auch zufällig aufgeschrieben, wie der Song von Fettes Brot heißt, den sie da gesungen haben? Von den Wet Boys? Mehr Schein als Sein. Mehr Schein als Sein, genau. Nee. Okay. Wir haben ja Antje. Gut. Vierzehnter Aussage. Im Fall verdeckte Fouls ist die deutsche Fußballmannschaft Werder Bremen zum Wintertrainingslager in Rocky Beach. Wer ist das? Fußballfolgen habe ich immer skippt. Ach, Moritz. Die waren auch nie wirklich gut. Nee. Das ist nicht Werder Bremen. Ich glaube auch nicht, dass es Werder Bremen ist, aber ich würde es jetzt auch nicht beschwören. Werder Bremen falsch. Ich weiß nicht, was er ist. Aber ich meine, die Bayern fahren auch rein. Also, warum sollte Werder Bremen nicht nach Rocky Beach fahren? Hinweis, es ist Folge 81. Übrigens. Könnten also alle Inwesenden wissen. Aber... Ich würde sagen... Ja. Gut. Frage ist geschlossen. Ihr könnt mal lustig mutmaßen. Ach, ey. Das ist wahrscheinlich nicht Werder Bremen. In der Tat falsch, ja. Stimmt sowas wie Herder BSC oder sowas. Ich dachte an Berlin, aber egal. Das ist Berlin. Also, Herder BSC Berlin. Ja, richtig. Du sagst es. Herder BSC. Die richtige Antwort ist Fußballmannschaft 1. FC Borussia. Aber welche? Welche? Ja, genau. Ach, die Borussia. Die Borussia. Aus Borussia Mönchengen Dortmund. So. Und kommen wir zur letzten Aussage. Nummer 15. Wie immer ist noch alles drin. Denn es gibt die doppelte Punktzahl. Zwei Punkte. Ihr werdet gleich eine Audiospur hören. Ton hören. Ich werde das mit einer Aussage versehen, die falsch sein wird. Wenn ihr richtig antwortet, gibt es zwei Punkte. Aber wenn ihr falsch antwortet, dann gibt es zwei Minuspunkte. Und die jeweils andere Partei kann noch abstauben. Also können hier insgesamt vier Punkte Differenz nochmal wettgemacht werden. Seid hier bereit. Wir haben noch nicht gewonnen. Wieso? Hat er gewonnen? Er hat nicht gewonnen. Also, Aussage Nummer 15. Hier hören wir die Stimme von Anni the Duck. Was ist denn jetzt los? Hier im Gang brannte vorhin doch noch Licht. Was? Was ist denn jetzt los? Hier im Gang brannte vorhin doch noch Licht. Das ist die Stimme von Bob Andrews. Ach so. So einfach ist es manchmal. Oh Mann. Richtige Antwort von Herrn Schreckert. Zwei Punkte nochmal abgestimmt. Ich dachte, das wäre nämlich toll. Dass er sich mal gegeben hat oder so. Keine Ahnung. Ja. So. Und. Wir schauen nochmal auf den finalen Punktestand. Bei Moritz. Was habe ich da gesehen? Knapp. Minus vier. Ja, gut. Drei Punkte beim Team von Antje und Schreck. Und. Damit sehen wir im internen Duell. Antje. Äh. Ein Punkt. Schreck. Zwei Punkte. Der Endgegner wurde besiegt. Und the winner is. Um das nochmal kurz aufzuklären. Wir schauen nochmal in das Video rein, um es zu verifizieren. Was ist denn jetzt los? Hier im Gang brannte vorhin doch noch Licht. Ja. Und jetzt ist es ausgeschaltet. Toll. Das Öl unserer Grubenlampe ist auch alle. Bob Andrews, ne? Wie man ihn kennt. Gut. Dementsprechend ist unser Daniel Schröcker der neue Endgegner. Unantastbar. Dieser Mann weiß alles zum Thema. Die drei Fragezeichen. Herzlichen Glückwunsch. Das hätte ich auch nicht erwartet. Das ist so gut. Das ist Quatsch. Das ist vollkommen Quatsch. Nein, das ist so. Funktioniert dieses Format. Völlig zu Recht. Du hast dann auch mal abgestaubt. Kanntest sogar Bob Andrews. Verdient. Kann man nicht anders sagen. Ne, also ja. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Aber das ist etwas, womit ich mich jetzt nicht wirklich brüsten möchte. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns das gerne wissen. Oder gratuliert doch einfach dem überragenden Daniel Schröcker zu seinem neuen Titel Endgegner. Steht das bei Kino Plus auch in der Bauchbinden? Fragezeichen. Danke an Antje. Danke an Moritz. Lasst gerne einen Kommentar da. Sagt, was eure Lieblingsfolge vielleicht ist von die drei Fragezeichen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Dankeschön. Ciao. Dankeschön. 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 Dankeschön.